Hallo, hier sind wir wieder bei Making of Soko Leipzig, der beliebtesten Facebook-Seite von Leipzig Zentrum Ost. Und wir haben hier heute für euch zu gewinnen etwas ganz Tolles, ein Busmodell. Hallo, hoppla. Hier muss man noch das Original sehen, fast wäre es uns abgestürzt. Es ist nämlich das Modell von dem Bus von Tom Kowalski, in dem er lebt. Und das haben wir hier, das ist ein Mercedes L408. Und wer hier jetzt einen Kommentar postet, lasst euch was einfallen, der kann diesen tollen Bus gewinnen. Yippie! Vielen Dank.